Hallo, hier ist Oliver von den LernSnacks und ich möchte dir heute erklären, wie du in der ZP10-Matte noch mehr Punkte bekommen kannst, vielleicht die bessere Note bekommst, auf jeden Fall auch sicherer durch die Prüfung durchgehst. Ein paar Tipps, Motivation für die Prüfung, damit du da nicht ganz nervös reingehst. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Als kleine Hausaufgabe, bitte schreib mir nach der ZP10-Matte, wie du dich gefühlt hast, welche Aufgaben vorgekommen sind, wie die Prüfung insgesamt abgelaufen ist, vielleicht so ein bisschen mehr Infos über die Aufgaben, was für Geschichten wurden da erzählt. Es gab vor ein paar Jahren, muss ich dir vorstellen, so ein Kissen, da ist jemand drunter gesprungen und ein anderer ist dann hochkatapultiert worden, das war dann eine Parabel. Sowas finde ich persönlich immer spannend. Ich bin auch Mathelehrer, deshalb vielleicht schreib rein, was dir in den Sinn kommt. Ich mache daraus ein kleines Video, was so die Rückmeldungen waren, eure Reactions. Ansonsten weißt du natürlich auch immer gerne hier an dieser Stelle einen Daumen hinterlassen, einen Kommentar schreiben, Abo dalassen, wenn du es noch nicht getan hast und jetzt kommen meine Tipps. Dann zur Struktur der ZP10. Sind wir mal ganz ehrlich, du hast Stress, du hast Zeitdruck, deine Zeit verrinnt langsam. Du hast einen Prüfungsteil ohne Hilfsmittel, das macht viele Schüler schon nervös, weil die sich nicht sicher sind mit Kopf rechnen und nicht sicher sind ohne eine Formelsammlung, nicht sicher sind ohne Taschenrechner. Du darfst natürlich alles aufschreiben, du darfst dir Nebenrechnungen machen, aber du hast halt eben keine Hilfsmittel. Das sorgt schon mal für Stress bei einigen. Der größere Stress ist dann, wenn du diese Textaufgaben bekommst, diese langen, langen Textaufgaben und dann noch die Formelsammlung, den Taschenrechner und alles mögliche andere dann organisieren musst. Und deshalb meine Tipps. Schau dir Videos an zum ersten Prüfungsteil. Da habe ich ja einige gemacht. Wir haben diese Generalprobe gemacht, David Magda und ich. Und schau dir an, wie man auf Prüfungsteil 1 hinarbeitet, wie man da vorgeht, wie man logisch die Aufgaben angeht, weil sie haben eigentlich immer das gleiche Muster. Guck dir die Formelsammlung nochmal an. Dazu habe ich eine Reihe von Videos gemacht, wo im Prinzip jede Seite einmal erklärt wird. Und das solltest du auch machen. Guck dir jede Seite der Formelsammlung an. Das ist nämlich für dich deine Rettungsweste. Wenn du drohst unterzugehen, guckst du da rein und schaust, aha, in der Aufgabe steht irgendwas von einem Zylinder. Dann schlägst du auf Zylinder. Okay, was soll ich berechnen? Oberfläche oder Volumen? Und dann guckst du, okay, Volumen, dafür brauche ich den Radius und die Höhe des Körpers. Für die Mantelfläche zum Beispiel, wenn da steht, die Dose soll ein Etikett bekommen, dann guckst du, okay, Mantelfläche ist gleich Umfang mal Höhe des Körpers. Rechteckig. Das ist wirklich lesen und logisch abarbeiten, was da steht. Und dafür hast du die Formelsammlung als Hilfe. Also es geht eigentlich kaum noch einfacher, man muss das aber organisiert kriegen. Und das ist deine Leistung. Das Ganze hat eben in Textaufgaben. Die Vorgehensweise habe ich jetzt im Prinzip ja schon erklärt. Also schau dir erstmal alle Aufgaben an, die vorkommen. Alle einzelnen Aufgaben und guck, okay, welche Aufgabe gefällt mir sofort? Bei welcher Aufgabe habe ich sofort eine Idee, wie ich es machen soll? Dann mach die zuerst. Die einfachen Sachen zuerst. Unterstreiche immer die Operatoren. Was soll ich genau machen? Soll ich etwas begründen? Soll ich etwas berechnen? Soll ich etwas zeichnen? Und nutze die Formelsammlung. Die ist wirklich für dich so unglaublich wertvoll, weil du damit im Prinzip ganz viel abschreiben kannst. Das zeige ich jetzt auf der nächsten Folie. Du kannst nämlich unglaublich viele Punkte damit sammeln, dass du gegebene und gesuchte Werte notierst. Die Formeln dazu schreibst. Die Werte da einsetzt, die in der Aufgabe gegeben sind. Und ein bisschen umformst, das natürlich auch aufschreibst. Dann noch Einheiten dazu schreibst. Dafür gibt es nämlich allein schon mal neun Punkte von 81, dass du ordentlich notierst, was du gemacht hast und ordentlich notierst, welche Einheiten du verwendet hast. Ich würde, wenn es nicht anders dasteht, immer auf zwei Nachkommastellen runden. Bei Meterquadrat, bei Kilometerquadrat, bei Kubikmetern, egal was. Immer zwei Nachkommastellen, wo es keinen Sinn ergibt, sind zum Beispiel Zentimeter. Da würdest du nicht 10,57 runden, sondern da würdest du sagen, das sind 5,6 Zentimeter. Das sind Millimeterbeträge. Das lohnt sich nicht. Aber ansonsten bei allen anderen Sachen ruhig mit zwei Nachkommastellen. Manchmal bei Kilometer, bei Tonnen, bei Kilo ist es auch sinnvoll, wenn du sogar mit drei rundest. Aber zwei sollten es sein. Ja, ganz wichtig. In der ZP10 musst du Ruhe finden. Du bist nervös, du bist aufgeregt. Man ist ganz schnell irgendwie durcheinander verrückt. Man verliert den Faden. Man steht total unter Strom auch. Jetzt habe ich dieses Emoji auch verstanden mit dem unter Strom stehen. Mach dich also nicht verrückt. Denk nicht daran, dass du versagen könntest. Lass es einfach. Tu es nicht. Du wirst nicht versagen. Egal was passiert, du kannst stolz auf dich sein. Du hast es hinter dich gebracht. Und egal was am Ende dabei rauskommt, du kannst stolz sein, dass du in dem Moment da sitzt. Das haben nicht alle geschafft, aber du schon. Und die meisten werden es auch schaffen, auf die Bühne zu kommen, ein tolles Zeugnis in die Hand zu bekommen. Jetzt habe ich es gesagt. Zeugnis, denk nicht an den Abschluss. Also nicht während der ZP. Das kannst du nachher machen. Da habe ich auch schon einen Artikel auf meiner Homepage geschrieben. Was passiert nach der ZP? Wie kriege ich meinen Abschluss? Was brauche ich dann? Was mache ich, wenn ich den Abschluss nicht bekommen habe? Aber denk in der ZP10 nicht daran. Mach dich deshalb also, wie gesagt, nicht verrückt. Ja, und das Letzte. Wenn du wirklich ein Blackout hast, da wurde ich vor kurzem auch schon mal gefragt von jemandem. Wenn du ein Blackout hast, mach dir Augen zu. Vergiss kurz, dass du da sitzt. Vergiss auch alle Zeit, die du verlierst. Mach dir Augen zu. Atme. Atme ein. Atme aus. Atme wieder ein. Atme wieder aus. Vergiss den Stress. Fahr runter mit deinem Energielevel. Versuch dich zu entspannen ein wenig. So, und dann, wenn du merkst, okay, jetzt geht es wieder besser, dann machst du die Augen auf, konzentrierst dich, wo du gerade bist, was du gerade tust, was dein Job ist. Und zwar eine schöne, saubere, matte ZP10 zu schreiben mit einer gut lesbaren Struktur, mit Formeln, mit Werten, Werte einsetzen. Und es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Lernstext.net ist deine Adresse, wo du immer wieder Artikel findest, wo du Video-Links findest, auch von meinen anderen Kanälen. Egal, wo es für dich hingeht, ich werde dich auch noch die nächsten Jahre begleiten. Sei es Oberstufe oder Ausbildung oder was auch immer. Viel Erfolg bei deinem ZP10. Viel Spaß bei Mathe. Das war Oliver von den Lernsnicks. Das war Oliver von den Lernsnicks. Untertitelung des ZDF, 2020